Heute stellen wir Ihnen eine aktuelle Studie aus JAMA vor, von Bruno und Coworkers. Es geht um den Zusammenhang der Art und Weise der Reanimation bei Prähospital-März-Kreislauf-Stilstand. Ob vor Ort reanimiert wird oder der Patient direkt in das Krankenhaus transportiert wird und dort die Reanimationsmaßnahmen weiter durchgeführt werden. Das in Deutschland übliche Verfahren, Patient mit einem plötzlichen Herz-Stilstand außerhalb der Klinik nach Möglichkeit vor Ort zu versorgen, hat sich in einer prospektiven Kohortenstudie im amerikanischen Ärzteplatz als deutlich vorteilhafter herausgestellt als der Versuch, die Patienten möglichst rasch in die nächste Klinik zu transportieren, wo eine optimale Behandlung möglich ist, wie dies in vielen Orten in Nordamerika üblich ist. Bei der Versorgung von Patienten, die außerhalb einer Klinik einen Herz-Stilstand, OHCA, Orthophospital Cardiac Arrest erleiden, stehen sich zwei Strategien gegenüber. Die Stay-and-Play-Strategie geht davon aus, dass der Rettungswagen alle Geräte und Medikamente enthält, die für eine Reanimation und für die Stabilisierung des Kreislaufs notwendig sind. Der Vorteil besteht im rascheren Beginn der Therapie. Bei der Scoob & Run-Strategie beschränkt sich die Reanimation auf das Notwendigste. Der Patient wird ohne dass eine spontane Herztätigkeit erreicht, ist so schnell wie möglich in die Klinik transportiert, wo sich mehrere Spezialisten mit einem optimalen Equipment um den Patienten kümmern können. Welche Strategie, die besser ist, wurde niemals in einer randomisierten Studie untersucht, die die Patienten nach dem Zufallsprinzip auf eine der beiden Strategien verteilt. Die zweitbeste Lösung ist eine prospektive Gehorchenstudie, in der die Entscheidung zur Behandlung in den Händen der Ärzte oder der Klinik bleibt. Um eine Verzerrung der Ergebnisse zu vermeiden, werden nachträglich in einer Propensity-Analyse nur Patienten mit den gleichen Eigenschaften verglichen. Da allerdings niemals alle Aspekte in den Krankenakten dokumentiert werden, bleibt eine gewisse Unsicherheit. Einige Faktoren wie Ausbildungsstand und Geschicklichkeit der Notfallmediziner oder die technische Ausrüstung lassen sich kaum bewerten. Hinzu kommt ein möglicher Bias bei den Ärzten. Diese könnten sich häufiger für eine Stand-Play entscheiden, wenn sie die Erfolgschancen als hoch einstufen, ohne dass sich dies in den Patientenakt niederschlägt. Die Patienten mit einer ungünstigen Prognose würden dann zunächst in die Klinik transportiert. In der Propensity-Analyse konnten zahlreiche Faktoren berücksichtigt werden. Dazu zählen Alter und Geschlecht des Patienten, die Anwesenheit von Augenzeugen, eine Laienreanimation und die Dauer vom Notruf bis zur Ankunft des Rettungsdienstes. Auch der anfängliche Kardialrhythmus, die Äthiologie und eine erweiterte Reanimation vor Ort flossen in die Analyse ein. Ob damit alle möglichen Störfaktoren vermieden wurden, die zu einer Verzerrung der Ergebnisse führen könnten, bleibt aber offen. Die Analyse beruht auf den Daten des Resuscitation Outcomes Consortium Cardiac Epidemiology Registry, zu denen sich zehn Zentren in den USA und Kanada zusammengeschlossen haben. In einem Zeitraum von etwa vier Jahren waren dort fast 44.000 Patienten im Alter von durchschnittlich 67 Jahren nach einem OHCA versorgt worden. Wie berichtet, hatten 22 Prozent anfänglich einen defibrillierbaren, schockierbaren Rhythmus. Bei fast allen 97 Prozent wurde mit erweiterten lebenserhaltenden Maßnahmen begonnen, doch 26 Prozent wurden ohne eine Etablierung eines spontanen Kreislaufs in die Klinik transportiert. In der Propensity-Analyse wurden 9.406 Patienten mit einem Interrest-Transport mit 18.299 Patienten verglichen, die erst nach Etablierung einer spontanen Blutzirkulation ins Krankenhaus transportiert wurden. Primärer Endpunkt der Studie war der Anteil der Patienten, die später lebend aus dem Krankenhaus entlassen werden konnten. Dieses Ziel erreicht nach einem Interrest-Transport Scoob & Run nur 4 Prozent der Patienten. Bei einer abgeschlossenen Behandlung vor Ort, Stay & Play, bedrug der Anteil 12,6 Prozent. In der Propensity-Analyse war der Unterschied geringer. Nach der Scoob & Run-Strategie überlebten 4 Prozent der Patienten bis zur Entlassung aus dem Krankenhaus gegenüber 8,5 Prozent in der Stay & Play-Strategie. Die Risikodifferenz von 4,6 Prozentpunkt war mit einem 95 Prozent Konfidenzintervall von 4,0 bis 5,1 Prozentpunkten signifikant. Ein günstiges neurologisches Ergebnis erreicht in der Propensity-Analyse nach der Scoob & Run-Strategie 2,9 Prozent der Patienten gegenüber 7,1 Prozent nach einem Stay & Play. Die Risikodifferenz von 4,2 Prozentpunkten 3,5 bis 4,9 Prozent, 95 Prozent Konfidenzintervall war ebenfalls statistisch signifikant. Die Ergebnisse stellen die Strategie des Scoob & Run sicherlich in Frage. Mit Gewissheit lässt sich ein Vorteil an den Stay & Play jedoch nicht konstatieren. Übersehene Störfaktoren können in epidemiologischen Studien schnell die Ergebnisse verfälschen. Hier noch die Subgruppenanalysen. Hier favorisiert die Wiederbelebung vor Ort und hier die favorisiert Interesttransport ins Krankenhaus. Man sieht, dass prinzipiell alle Faktoren, zum Beispiel beobachteter Herz-Kreislauf-Stand, nicht schockbarer Rhythmus, beobachteter Herz-Kreislauf-Stand oder schockierbarer Rhythmus, mechanische Buskompressionen oder immer mit einer Favorisierung für die Strategie Reanimation vor Ort, komplette Durchführung verbunden war. Lediglich die Zeitverläufe während der Reanimation und je länger letztendlich die Reanimation verlief, favorisierte einen Interesttransport in die Klinik. Weitere ausführliche Informationen und Ergebnisse in dem sehr aktuellen Publikation im JAMA.